Platz 3. Ein Typ findet eine Frau ganz gut, die arbeitet in der Bäckerei. Sagt er, darf ich Sie heute Abend irgendwie zum Kaffee einladen? Sagt sie, ja, gegen Sex. Sagt er, nee, nur so. Oh, pass auf. Platz 2. Ein Typ kommt in die Bäckerei, ne, so und sagt, Entschuldigung, ist das hier das Ende der Schlange? Sagt der Letzte, nee, wir stehen alle verkehrt rum, du bist dran. Und Platz 1. Ein Typ stellt eine Tür an, die Frau, die dort wohnt, öffnet die Tür. Sagt er, guten Abend, wollen Sie Zeuge Jehovas werden? Sagt sie, ich habe den Unfall gar nicht gesehen. Nein.